Jemand hat mich daran erinnert, dass ich mal gesagt habe, Gier ist gut. Das scheint jetzt legal zu sein. Gier ist gut. Gier ist gut. Auf der Jagd nach dem größten Profit hält so manch ein Mensch nicht mehr mit. Im Dschungel von Politik durch Betrügern. Wer fängt sich der normale Mensch nicht gern? Die Menschlichkeit krepiert hier. Die Menschlichkeit krepiert hier. Die Leistung der Produktion ist nie genug. Ein Prozent weniger und ein Boss schreibt Betrug. Jahr für Jahr muss noch etwas mehr drauf. Die Bilanz muss stimmen. Es muss immer bergauf. Name ist gut. Maiß geht es. Read is right The Humanity is dying Through this gear Discreet The Humanity is dying Through this gear This gear This gear The human being 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 Through this gear This gear Discreet The human being The human being The human being Through this gear This gear The human being 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 Untertitelung des ZDF, 2020